Wem liegt er? Ich nehm Kommandor. Peck hoch. Schmeiß ein bisschen den Kanal ab. Wo ist meine Kretok? Wo ist meine Kretok? Äh, wo bist du? Oh, einfach so, ja, schon kommen sie alle. Der erste Kill geht an mich. Ich bin sie gegen den Krieg. Na, ich komm zu dir, ich seh dich. Wird vielleicht nicht lang überleben, ich hab das Gefühl. Da kommt ein Kano rein. Bin ich. Aber auch nur noch wenig Leben. Ich bin leider kein, äh... Sniper, du kannst leben. Ihr fährt. Ah! Autsch. Och man, ey, ich bin auch nahe, halb genug von der Bombe weg. Ich dachte, wir haben den Radius gefliegt. Na, wenn du manchmal schon ein bisschen angeschlagen bist, dann reicht das schon. Aber ich war doch viel weiter weg. Und das wundert mich ja. Oh mein Gott. Kann ich nicht gucken, dass ich reinkomme. Und zwar da liegt. Oh, wie hat mich denn jetzt angesprochen? Oh mein Gott. 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 Ne, ne, ne. Den nimmst du nicht mit. Okay. Ich bin eindeutig Fortfinder. Ein neuer Spieler. Ein neuer Spieler. Wann hört's an den Fragen? Hier bekommst du Crates. Wann laufen? Oh manee. Ach. Hđ. Hey, anifang ihn. Aua Ach Gott, der Heck und Rock, weil sie alle sind Die sollten das Spiel spielen und nicht alle nur auf Skids warten Ja, das Spiel wurde nicht dafür gedacht Ist das kein Wunder, dass sie dich in die Eck stellen? Das ist kein Wunder Hier sind eindeutig viel zu viele Löscher für die Kanus Wenn alle so best aufpassen Das Problem, du kannst nicht auf alles gucken, das ist ja Wir haben jetzt hier die Lo Vieles Hallo Wenigstens sind das keine geübten Kanus-Spieler So wie Velo Kannst du schön weich wegknallen Und der Rex, der ist unig, der ist schnaußer Der hat ja ne Standard-Skin an, also ich denk der ist neu Oh Gott, ich hab ja gar keine Kurve Und hab gar keine Munition mehr Ich hab unig, komm doch zu mir, komm doch zu mir Ich bin grad über den Kryo gestolpert, den wollte ich noch hin Hahahaha Boah Junge, geh in meinen anderen auf den Sack So Ah! Fuck Ich hab ihn in den Arsch geschossen Das brauch ich unbedingt leben Aber das kann ich nicht gehen Lass dich rein Aber Er kommt nicht auf die fiese Idee, die Helf-Box unter Beschuss zu nehmen Wie ich es gerne mache Aber was ist da los? Lass gucken wir das um die Eck Au! Ja, das war's nicht so, dass ich hauptsache den Scheiß-Photos weggell Hey! Aaaaaaaaaaaaaaah Ähm Ja Kein Mensch in der Nähe, klar Ich bin Kilometer weit weg immer Bei der Map müssten sie das echt nur fixen, dass man nicht Kilometer weit weg ist Weil du rennst dir die Eier weg Und wenn du dann endlich mal ankommst Ich muss auch mein Team hinter mir aufpacken Ich bin nicht erlauben Ach! Oh, weiss Das war wechsel Ja Der ist voll rennen gelaufen Keine Chance Das Team, Alter Das Team Ah, wir sind zacken besser Was ist denn da jetzt wieder gesprotzt hier? Wo ist das Scheiß-Photos? Ja Da ist der Scheiß-Photos hier Alter, der schmeißt sich immer den Amittier hin! Mit dem? Wo war der? Ja Ja Tja 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 Tja, wo spuckt der? Tja, ich geh mal auf die Suche Tja Spuckt mehr von der anderen Seite Tja, hier spuckt der nicht Tja... Ach so, jetzt hat er dich durch die Map gedrommt Ja between anderer Ich habe in dem Moment geschossen obwohl dich gegrappt hat Tja.. das ist echt doof, ey Da haben die im ersten Teil auch dich gehabt Da waren drin, zum ersten Teil Ja, der war schon heftig. Aber das mit dem Fluchsalon hätten sie komplett übernehmen können, ey. Der war ganz gut aus dem ersten Teil. Alter! Geh auf den Sack! Du scheiß Vieh. Ich hab' ihn gesichtet. Das ist ja der Welt gesehen nicht mehr. Ich freu' euch aus, weil wir nicht in seinem Gesicht sind. Da sitzt bestimmt irgendwo hinten im Busch, wa? Da braucht jetzt irgendwo im Busch. Alter, halt die Fretz. Außerhalb ist das erlaubt. Weil die haben auch gekämpft, die sollen mal die Klappe halten. Die waren nicht besser. Eigentlich könntest du erlaubt schreiben, ne? Nur kämpft man hier boxen, ist nicht erlaubt. Und wir kämpfen aber nicht an den Boxen. Nö. 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 Verdammte Scheiße. Such ich diesen Kryo schon wieder? Nö. 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 Oh, ich brauch ne schöne Escorte hier! Ah! Das liegt nicht so ganz gut. Ich meine, eine Kugel wäre. Schock. Heilung. Doch, was ist für mich übrig? Papian! Gott, alter, dieser Sprotter, ey. Ich habe nicht geklaut. Oh, Manni, diese Nachleiderei, die katscht mich an. Immer mit dem letzten Schuss. Jedes Mal mit dem letzten Schuss. Jedes Mal mit dem letzten Schuss. Jedes Mal mit dem letzten Schuss. Ich habe ja Schlussfolgerung für den hier. Nein, 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 nein. Stimmt. Ich habe dich gerecht. Oh. Weg. Okay. Dann will man sich heilen, wenn nichts ist. Dieser kleine T-Rex. Oh. Wow. Wir verteidigen unsere Base. Die Wettermülllaut und die Schnurz auf alle. Da ist ja viel Wunder. Nix. Au ab. Oh, wer spuckt denn hier schon wieder? Ey. Immer auf mich. Ich glaube, bei ihr ist eher ein Spiel abgeschüttet. Oh. Aua. Ich schieße nur noch ein Zeugel. Jetzt habe ich ein Problem. Das wird super. Bitte nichts wegpounsen. Oh Gott. Ein Leben. Oh Gott. Ein Leben. Ein Leben. Warte. Vorsicht, ich finde den Ovid-Aubtor. Ah. Und Kado. Ja. Oh. So was hab ich als allerliebste, weißt du? Mir lassen sie fressen, aber uns lernen sie einen Teil, ne? Das machen sie einfach gerne, wenn man in der Healthbox steht. Ist leichter Beute. Ich geh irgendwann, sag ich noch, dass man nicht nachher rennen darf. Sind sie selber dran schuld, wenn sie jetzt fresspielen? Du meinst jetzt hier kein Healthkilling, oder was? Ja, wir machen die auch keine Töten hier. Aber wenn die das bei uns machen, dann sag ich, das dürfen die auch. Und das würden wir jetzt auch machen. Alter, dieser kleine Stichy-Fax-Spitter. Ja, ist der Sender hier. Ja, Red Hat Creo. Ich hätte ihm hergehen sollen und kalt machen sollen. Also, ich spawle immer an derselben Stelle und er darf tausend von Kilometer rennen. Das ist zum Kotzen, ey. Hey! Fuck you. Ah! Fuck's on. Das ist bestimmt Low-Health-Carbon. Wurdest du nicht so weit wegrennen. Das ist ein Katapache, Rex. Du denkst, du bist das stärkste Kapte, hä? Nicht bei mir. Super! Hopi! Komm mal runter hier. Hey! Ich glaube nicht, mein Hill hier. Schnauze. Rex killen! Komm mal. Ah! Ja! Die Akt hat getroffen! Ah! Wir schlagen uns nicht schlecht! Ja! Die Akt hat getroffen! Das ist ein bisschen wieder. Das heißt, das andere Team ist als Dinosaurier besser als als Menschen. Aber gravierend besser. Vorsicht! RAPTOR! Ich muss nicht mal heilen gehen, aber dann bin ich gut. Oh, schnick, 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 schnick. Ach, Spitter! Ach, Mann. Alter, die gehen ja so auf den Sack, ne? Aha! Ja, klar! Oben auf dem Berg sitzt da. Da sitzt da oben der blöde Penner und spuckt runter. Das sollte man auch verbieten, dieses Dauerhafte. Man kann ein, zweimal drauf spucken und das war's dann. Man kann nicht dauerhaft da umsetzen. Ja, ja. Alter, ne? Ich geh mal kurz als Sniper. Ich fuck, ich teleportier mich jetzt oben hin und knall ab. Ja. Camping am Boxen und so ist nicht erlaubt. Ja. Ja, das sag ich. Da hab ich. Da hab ich Camping, ja. Damit er da macht. Kleiner Pisser. Ich teleportier mich jetzt da oben, dann ist er fertig. Oh, ich hab's verstanden. Pfff. Kann ja nett sind hier. Ja. Ich glaube, hier darf man sich ja gar nicht halten, aber wir lassen sie fressen, ne? Ah, die Box, die ist natürlich extrem, weil die genau am Spawnpunkt des Kryos ist. Die verleitet natürlich dazu. Wie gesagt, ja, man kann drausspucken ein-, zweimal, aber dann muss man weggehen. Und ich darf da oben stehen und... Auf, Los, Schwung. Ich hab vielleicht hier recht neben dem Problem. Ich tue da alles bevor. Aber es ist mir egal, ob es genetzt ist oder... Äh... Na, bleib, 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 bleib. Man kann da, was man will. Äh... Man muss echt schon volles Rohr treffen. Na ja, und schon. Der kämpft doch schon wieder da in der Healbox rum. Ah. Schon wieder da oben? Ja. Ich geh gleich, ich geh gleich, ich stell mich gleich da hin und passe auf. Ich bomb den gleich da runter, ist mir scheißegal. Das sind schon zwei, die da campen. Das sind schon zwei, die da campen. Ja, das schon wieder! So, Junge, jetzt hab ich die Schnauze aber voll. Kick ihn einfach. Kick dann Kick. Der ehrte da jetzt noch... ...n Gedenkzettel. Keine Ahnung, drin. Kann man mal kurz aus dem God-Mode gehen hier? Kann ich jetzt nicht mal euren God-Mode schaffen? Jetzt verpisst euch mal, sonst spreng ich die Luft. So. Watch my back. Shhh. I'm going for supplies. Shhh. Heeeeh. Ja. Kann ja nicht Sinn, hock die Ohren und spuck dauernd auf die Kisten. Komm, hock der in, dann spuck der drauf. Kotz. Sag, wenn der noch ein Muss hat, ist weg. Hale-Camping, fliegt da raus. Da kann er sich ein anderes, oder so, oder so. Ich diskutier diesen nimmer lang. So ist froh, dass er überhaupt dem campen darf. Alter, yo. Oh, ich weiß nicht, ob man das versteht. Oh, ich weiß nicht, ob man das versteht. Ich kann ja schreiben, welche mir gehen den Sau, die nicht nachher sind zu fressen. Aber er kämpft da rum und nimmt die Box hin beschlagt. Nein, nein, das geht nicht. Nicht die ganze Zeit. Wie gesagt, er kann, wenn er spawnen kann, kann er jemanden ausspucken und muss er abhaben. Wow. Ich bin's. Scheiß Rex. Ich werde aber scheinbar noch nicht den Tyrannen rausnehmen. Kann sie gar keinen Punkt nehmen. Wenn die Dinos da spulen, dann müssen wir anders da spulen. Das ist... Ja, du kannst die nicht alles wegnehmen. Das ist Quatsch. Die wollen ja nicht anders. Das ist ja... Inrex muss schon sein, sonst sind die völlig wehrlos auf anderen Labs. Wehrlos sind die eigentlich nicht. Na ja, die Commandos auch alles. Die Commandos sind sechs oder die Pathfinder sind nur vier. Also ich hab das so oft gezählt, dass das fair ist, aber... Oh ne, der kämpft nachher die ganze Zeit vor allem. So. Ah. Jedes Mal will ich hier drin rennen. Jedes Mal auf der hier rum. Ich seh diesen roten Bastard jeden. Scheißabger. Scheiß Box. Aua. So. Ich nehm schon schon immer noch fast nicht. Oh. Also du darfst ihn kicken, wenn er so weiter macht. Das ist nicht voller Laufnis. Wenn's ja jetzt stinkt, kannst du... Rausschmeißen. Jetzt macht das schon jeder. Na, wir raten. Wer kennt jetzt da oben wieder? Was? Okay. Sender ist es nicht. Das ist der. Der war diesmal unten. Also es ist wieder jemand anders. Ja. 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 Jetzt habe ich die Schnauze fallen. Kick beide. Well exercises and the other. Sender Sender, den weiß ich ja Aber du sagst es, da sind zwei Das Flatter, Flatter oder sowas ähnlich So ist aber meistens mit Sender raus Das werden wir gleich sehen, wer da Oben noch Party macht Mein Gott, der packt aber auch um mir Oh, was ist denn jetzt? Ist ja wieder zurückgekommen, was ich noch gehört habe Wenn er jetzt wieder die Scheiße macht Dann fliegt er wieder raus Nach dem dritten Mal ist er ganz weg Wie ist das jetzt? Ah, da oben ist er schon wieder Oh, was? Seit dem Flugzeug Der Rotkopfgrühe, aber ich weiß nicht, wie der hieß Guck jetzt, na ohne Ich hoffe, ich werde jetzt nicht umgebrochen Na, der Rotköpfige war Sender Der ist jetzt gerade wieder zurückgekommen Der ist jetzt gerade wieder zurückgekommen Wer spuckt da jetzt schon wieder? Ich hocke mich gleich da hinten und guck zu, ne? Ohne Scheiß Moment, ist da oben? Ruhe Okay Wo passiert gerade gar nichts? Es verlockt schon, wenn man da oben spawnt Ja, es ist aber nicht fair Es wäre genauso gut, als würde ein Sniper mal an der Futterquelle rufen Ja, ist klar Und dann sind das Gejammer so groß, dass sie selber dann schreien, weißt du? Ich sag ja auch nur, dass es eben verlockend ist Man sitzt schön bequem da oben Ja, die müssen mal dran denken, wenn sie es werden, ne? Also wenn sie es werden, ne? Ach, da denkt doch keiner dran Fluxauer, was machst du da? Weg da Jetzt fängt er an, sich zu beschweren, mein Gott Auch zu jammern Und schon wurde er umgebracht, weil er gejammerte Oh, drüber habe ich ihn noch erwischt Ah, verdammt Jetzt habe ich nicht gesehen, ob sie T-Bag haben Oh, das sieht gut aus Oh, das sieht gut aus Oh, das sieht gut aus Wow, wow, wow Yeah, oh So viele Glückstreffer heute Braucht hier jemand Hilfe? Ich habe Hilfe gebraucht Oh Da ist dieser Leggy Ovi auch toll Komm, der hat nicht mehr viel Ich habe getan Ah Ui Ah, ah, ah Oh, das sieht gut aus